Das war's für heute. Ich bin sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... 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 Ansonsten kommt gut nach Hause und eine erfolgreiche Arbeitswoche. Bis dann! Das war ein wunderschöner, guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Einfachfreunde, Riebel, Bernerweyer und Ronald Halme. Ich gratuliere erstmal zum Sieg Heitinger. Ich muss sagen, insgesamt bin ich gar nicht so unzufrieden, wie das Ergebnis vielleicht etwas erlautet, denn ich finde, die ersten, zwei, drei haben wir für die Ausratsmannschaft sehr vieles richtig gemacht. Wir waren definitiv gut gestanden, haben selber auch viele zahlreiche, sehr gute Chancen herausgearbeitet. Man hat gesehen, dass die Füssener, dass die eine sehr kontrastarke Mannschaft ist. Das hat man gesehen, die ersten zwei Drittel, wo der Hecht ein paar Sachen super rausgeholt hat und dass die da zwei gegen ein Situationen ein paar hatten. Es war sehr, sehr ungekämpft und ja, heute haben sich die Umstellungen im letzten Drittel ausgezahlt, dass wir die Tore dann geschossen haben. Gratulation der Mannschaft zu den drei Punkten mehr. in den abendigen Sonntag anpassen, dass ich das immer vorhabe.